Hallöchen und willkommen zurück zu Civilization 6 mit mir und mit Dagger. Guten Tag. Hallo. Jetzt kann ich dich gar nicht vorstellen. Damit hast du nicht gerechnet. Das sind viele. Das werde ich mir vorstellen. Was? Wie, das Spiel wartet auf mich? Ich muss hier erstmal wieder so tun, als hätte ich noch nicht unsere Beschlüsse gesehen. Du hast die ganze Zeit weitergespielt, oder wie? Hä? Ich habe nicht so viel zu tun wie du. Dann gebe ich dir einfach ein paar Apostel ab und dann kannst du selber mitmachen. Mitbewegen. Ja, geil. Mach das. Ja, findest du das gut? Mhm. Irgendwie bezweifle ich, dass du das ernst meinst. Doch. Klick, klick, klick. Du musst auch mal ein bisschen aufpassen. Ja, sonst ist ein Apostel gleich Opfer dieser wunderschönen Linie der Infantrie, die hier steht. Was? Wo? Da steht eine Linie in den Infantrie. Bei Trabazone. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Ich hoffe ja mal, dass der auf einen großen General geht. Das habe ich jetzt, glaube ich, mit dem letzten Schritt aufgedeckt. Ist wahrscheinlich auch ein wertvoller Apostel, wenn ich den suche. Der einzige Debattierer. Nein, wir haben zwei oder drei. Cool. Das ist ein Kaplan. Der kann sterben gehen. Ausgezeichnet. Er würde sich freuen, wenn er das würde. Also, er ist ja weit weg. Über dem Meer. Über dem Meer. Tja, was können wir hier noch sinnvolles bauen in dieser Stadt? Nichts. Angesprochen, einfach heilige Städte Gebete zu machen. Mhm. Für große Profitpunkte natürlich. Ich bin da immer noch im Überlegen, ob ich hier, vorwiegend heilige Städte, auch mal eine bau auf meiner Klippen von Doverinsel. Und dann würde natürlich hier so ein bisschen die Erträge plätten. Tja, Mimo. Schwieriges Thema. Okay. Machen wir das jetzt mal. Vor allen Dingen spannend hinsichtlich dessen, ob ich wieder rausfliege. Ist davon auszugehen. Ich würde mein Geld nicht auf dich setzen. Sag ich mal. Ich auch nicht. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein, vielleicht. Diese Linieninfanterie ist übrigens die imperiale Garde. Ja. Von Frankreich. Und er geht auf meiner Postel, aber nimmt ihn nicht ein. Das kommt natürlich durch die Sandschlangen hier, die sich hier niedergelassen haben. Das ist so, ja. Kauk, ja. Wer hat hier jetzt wem den, äh, Süleman hat irgendjemand den Krieg erklärt. Okay. Wahrscheinlich haben sich die Sozeren-Verhältnisse etwas verschoben. Donatello. 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 Wo ist er denn jetzt hier? Was bestimmt der Kaplan? Nee, du bist Pilger. Pilgrim. Das Thema hatten wir schon. Ja, das haben wir halt leider jede Runde. Das ist das nochmal in dem Spiel. Das sind nur krasse Werke. Äh, äh, mhm, 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 da würde ich sagen, ja. Ich würde vor allem sagen, also die, die Apostel, die, äh, er so anbringt, ist, äh, glücklich langsam ein bisschen überhand. Das ist nicht das, was ich hören möchte. Ja. Das geht mir ähnlich. Schade, es gibt auch noch nicht so viele religiöse Werke, dass wir uns hier irgendwas hätten kaufen können, um den Bonus zu bekommen. Schade, schade. Ja, ich hab mal wieder vergessen, eine sehr verwundete Einheit neben den, neben den Guru, bevor der starb, zu bewegen. Aber, das soll uns jetzt nicht deprimieren. Das ist Rom. Er starb. Vor dem Fahrerland. Mhm. Da meinen, gehören mir diese, diese fünf Städte von ihm da ganz gut. Ganz gut. Solange ich das mit den Aposteln hier aufrechterhalten kann, an der Front, wird das auch so bleiben. Sollte ja kein Problem sein. Äh. Äh. Wärmer, 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 bist du sehr optimistisch. Bin immer optimistisch. Ich seh noch nicht, dass, dass er da schwächelt mit der Produktion. Gucken, wo ich hier mein Geld investieren kann. Wir könnten hier die Schiffswerft kaufen, nicht so rum. Das wäre ganz gut. Kaserne, Stallung, äh, das brauchen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt. Operationen. Touchmal läuft weiterhin. Äh, das bekleidet uns auch schon seit... Klänge hoch. Ähm, 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 ja. Oh, blöder buddhistischer Typ. Du bist mir jetzt mal egal, ich fahre einfach weiter. Hm, durch Wunder, Straßenkarneval. Sie fragen, ob wir uns hier das Bolshoi-Theater gönnen. Kann man schon mal machen. Und die Russen freuen. Wo ist es denn? Drei extra Verbreitungen und, äh, die noch mit dreifacher Stärke ist auf jeden Fall schön. Müssen wir den Typen nur noch am Leben halten. Nicht, äh, irgendeine Barbaren-Quadrille mal verlieren oder sowas. Das ist ja noch nie vorgekommen. Außer ein paar Mal. Tja, irgendwie brauchst du nix. Azzapah, du kannst auch viele Sachen. Ja, ja, du. Aber nicht diese Stadt hier. Drei Wohnraum da unten. Du brauchst Wohnraum, du brauchst keinen Wohnraum. Um mal Stadtmauern oder um mal heilige Städte Gebete? Wo haben wir die Stadtmauern? Ja, wer gehört, das bringt Tourismus. Ja, deshalb steht das auch noch auf meiner Agenda. Wir beten ein wenig. Drei Gesandte, sagt er. Kann ich ja fast, äh, halb Jahre wann zurückholen. Mexiko, Fabrik für Bau von 100 Gebäuden, Bezirken. Warum meine ich nicht wirklich? Produktion ist gerade nicht so wichtig. Ich behalte mir mal meine Gesandte für den Traum Jerewan. Apropos, könnte ich hier noch einen reinstecken bei Villenius? Dann kriege ich nämlich nochmal drei Kultur für meine geile Botschaftskanzlei. Die nehmen wir doch mit. Und kulturell gesehen, ja, ne, also es ist einfach das Schwedische Reich Zentrum der Welt. Danach kommt sehr lange nichts mehr, danach kommt auch nichts mehr. Und dann kommt irgendwann das Osmanische Reich. Ja, unbestritten. Ja, jetzt gucken wir mal beim Glauben nochmal. Bei der religiösen Dominanz. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, nominell. Nominell gibt es da ein paar. Ach, come on. Aus der Sicht des Nominativen, des Faktischen. Wir laden neu. Eine Runde bis zur Rebellion. Ach, du hast auch, hast du gerade eine neue Stadt bekommen? Man weiß es nicht so genau. Ich weiß es auch nicht, weil ich bin ja am Ladebildschirm. Ja, könnte sein, dass es gerade geschehen ist. Ja, ja, ja. Ja. Ich glaube, ich könnte auch das Klachtli für Zeitartapunkte bauen. Das wäre auch noch zu empfehlen. Planen wir nochmal die Freilichtmuseen. Hier haben wir schon eins. Könnten wir... Oh, das ist denn der Anziehungskraft. So oft anschauen muss, dann fällt mir doch direkt auf, dass der Werteherr, wie heißt der von Montezuma, tatsächlich irgendwie seine Ohropax statt in die Ohren zeitlich in die Nase gesteckt hat. Das irritiert mich ein bisschen. Damals war das modern. Er ist ein Kind seiner Zeit. Könnten wir da holzi, holzi, holzi machen. Und dann ein wunderschönes Freilichtmuseum platzieren. So, dann haben wir auf der... Ah, hier fehlt es noch. Ja. Können wir vielleicht einfach mal an diese Stelle setzen. Und dann müssten wir erst mal alles einmal geplant haben. Ja, sehr schön. Wenn ich jetzt mit dem Kaplan bekehre, wird dann gleichzeitig geheilt oder wie sieht das aus? Testen muss man. Nein, wird nicht geheilt. Also irgendwie ist das mit dem Kaplan broken. Vielleicht weißt du auch nur nicht, wie es geht. Oder das ist tatsächlich eine passive Heilung, das könnte natürlich sein. Das wäre eigentlich gar nicht so recht. Muss ich ehrlich sagen. So ist das, ne? Man kriegt nicht immer das, was man will. Warum eigentlich nicht? Das habe ich mich auch schon des häufigeren gefragt, ja. Ich glaube, da sollte man, wie auch immer, gerade auf dem Schwerterthron sitzt, mal Bescheid geben. Das ändert sich ja relativ oft, ne? Haha, das ist richtig. Ich lese auch gerade das, wie heißt es hier, das Fallenblatt, passend zur neuen Serie. Na ja, da bin ich nicht zur Firm. Ich habe nicht mal die letzte tolle Staffel GOT gesehen und eigentlich warte ich so lange auf das Buch, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, was in dem letzten passiert ist. Ich weiß nicht, ob das noch was wird mit irgendeinem neuen Buch in der Richtung. Na, das ist glaube ich niemand so genau. So aufgrund von Lebensalter des Autors. Na ja, ist auch nicht der Einzige, bei dem das fraglich ist, ob was noch mal was wird. Ja, die neue Serie. Was macht ein Kultist? Was macht ein Kultist? Das sind die, die Dingsbums senken, ne? Neu Realität kaputt machen, ne? Ja, okay. Lange die keine religiöse Stärke haben und... Erzeugen, aber eine Reliquie, wenn sie abkratzen, also... Ja, das ist ja mir egal. Die Reliquien können sie mir gern schenken. Ja, nämlich... Achso, ist ja dann... Auch von anderen Dingsbums, das ist noch fraglich, ob das dann klappt. Dingsbums? Von einer anderen Religion. So. Es ist ja auch interessant, dass Stockholm ein Motto hat bei den Literaturwerken, die hier drin sind. Mhm. Das ist eigentlich noch mal nicht so und auch bei keinem anderen, was ich so... Faszinierend. Gibt es eigentlich noch auf dem freien Markt ein bisschen Kunst zum Kaufen? Wieso kann ich mir die Stadt eigentlich nicht ansehen, bevor ich sage, ich behalte die? Genau deshalb können ja jeder kommen. Was willst du denn wissen? Vielleicht geht er in das Zelt. Er hat ein Lager und... Vier Leute, wir brauchen sieben. Quedu-Akt. Ich habe gehört, Klachtli ist ganz gut. Zeit aller Punkte, wenn schon für sonst nix. Schon wieder irgendwie so viel Glauben. Achso, ich kriege glaube ich irgendwie jedes Mal was... Kriege ich was zusätzliches, wenn ich einen Apostel töte oder sowas? Kann das sein? Weiß nicht, vielleicht hast du irgendwas religiöses, was das tut? Woher mir das jetzt gerade nicht unbedingt was sagt? Glauben für jede Stadt... Eine Verbreitung... Ne... Glauben durch Steinbrüche? Wird es wohl auch nicht sein, ne? Wahrscheinlich nicht. So, dann kaufen wir uns mal noch ein paar Gurus, die sind nämlich ganz praktisch. Guru, Guru... Geil. Der wollte dann auch noch diesen einen Schritt haben. Taja und Syla sind jetzt wieder befreundet. Befreundet, ne? Sie hassen sich nicht mehr. Ja. Ja, Syleman ist schon... Ist jetzt halt auch King of Kotlin, ne? Also, auch so religi... ähm... Je wissenschaftlich, oder wie das heißt? Mhm. Schon gar nicht so unbesorglich. Fremde Stadtgewinnunabhängigkeit. Und... Paar Girskrimskra. Das sieht das aus. Und wer noch... Ach hier unten. Ja, du könntest dir... Jetzt überlegen, was du da... ob du das haben willst. Ich will das absolut nicht haben. Das ist bekannt. Yes! Da wollte ich doch mein Freilichtmuseum hinsetzen. Nein! Ich meine, die Wasserschildkröten sind auch so weit... Also, die... das Riff ist auch so weit draußen. Das bringt dich mal was für Campus oder so. Äh, ich will das nicht haben. Dann... was... was passiert dann? Die wird wieder neutral. Also, wie eine freie Stadt. Wolltest du nicht wissen, wo Altertumsdinger sind? Hehe, ich spawnen gleich mal einen. Äh, ja, ich glaube, die Entscheidung ist erstmal aufgeschoben. Okay. Dann erfährst du es nicht von mir. Okay. Liberalismus. Ja, jetzt ist die Frage, wie ist es denn... mit den... Stadtmauern haben wir da demnächst irgendwie ein bisschen Kapazität. Äh... Es passt nie, ne? Man hat immer irgendwie irgendwas zu tun. Äh, durchaus ist das so, ja. Ich könnte in 121 Runden die Ermittage bauen. Klingt, äh, sehr effizient. Niiiicht! Mh... Mh... Checkpizza hätten wir noch ein Angebot. Das... können wir schon mal einplanen. Ja, tatsächlich könnte es sein, dass, äh... die Kaplaner einfach sehr langsam heilen. Sehr langsam. Hast du es beobachtet, eruiert und bestimmt? Ja, versuche das zu beobachten, das ist halt aber leider nicht so ganz eindeutig. Das ist auch tatsächlich so. Ich würde jetzt auf jeden Fall mal hier... Obwohl, warte mal, der stand neben nem Kaplaner. Ja, ist immer noch nicht ganz gehalten. Da musst du dir doch mal so einen Zettel holen und das aufschreiben, ne? Ja, da muss ich mir mal nen... äh, Lineal nehmen und auf dem Bildschirm halten. Direkt dort einzeichnen. Ja. Genau, mit Edding. Mit Edding. Mit Permanentstift. Ja, jetzt bin ich aber immer noch nicht so ganz... Die heilige Städte stellen ist erst mal gut, habe ich gelernt. Noch ein Kaplan. Der kann sich daneben stellen. Bleibst du hier bei dem? Was hat der? Der hat acht Verbreitungen. Die behalten wir uns auf jeden Fall mal. Dit behalten wir. Komm, irgendwann muss es ein, Limes und Abfahrt. Li... Li... Para... réfl.... mu-ssssssssssssssssssssssssssssssssssssSSssssssssssssssssssssssssssssssssffsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss. Ni- repl sos sta. Ha.. ich weiß noch so, du kommst auch bis da hin, das ist schon... Geh mal dah hin, du gehst da hin und warte, du gehstid da hin. offenbar habe ich hier schon mal morgen gebaut kehrer ist gut können wir hier ein bisschen den druck anderer religionen rausnehmen ich merke auch gerade ich habe überhaupt nicht die mauern nicht bauen könnte erforscht könnte sein dass es nicht so hoch war in der prioritätsliste nachher das spiel lebt einfach von fehler nicht mehr ja total langweilig du kannst auf jeden fall mal vor richtung istanbul reisen das wird noch wichtig werden istanbul so kann sich nicht mehr bewegen du kannst noch dahin warum nicht warum eigentlich nicht irgendwo mit 1 ins meer handelsfähig kapazität ist voll die dann jetzt umziehen wäre doof das ist alles schräg also ein handwerker mal da oben im norden dann auch nicht verkehrt dann wird das vielleicht noch mit mit lund ein bisschen was irgendwie habe ich das gefühl die skuten schrumpfen wir ja ist dass sie sich ausbreiten verrückter gedanke aber auch trüben drei runden wird es noch ein bisschen weiter schrumpfen würde ich mal sagen die hat es halt echt ne also wenn du das überlegt wie das am anfang war wie viel krass militär die hatte und ich so dachte ach du scheiße das kriegen wir niemals hier irgendwie auf die kette tja jetzt zerfällt sie einfach ja mit zwei spielern mit goldenen zeitaltern ringsrum ist halt auch ein bisschen schwerer echt unangenehm ja ich glaube der sanitäter kann doch auch glaubenseinheiten heilen oder sagst du dazu ich hätte jetzt gesagt nein weil das die aufgabe vom guru ist aber der guru macht das anders als der sanitäter der guru macht das ja direkt mit ladungen der sanitäter macht das passiv probier es aus wir werden es ausprobieren irgendwann in drei folgen reden wir hier über umgelegte eier na definitiv du könntest noch vorwärts du bist kaplan ist ehrlich solltest du hier stehen bleiben eigentlich soll er das so sein wo der ist auch kaplan hier kaplan reihe kaplan verlangt her pionier bin ich bei dir auch eisenbahn nun durchaus könnte es das aber soweit bin ich noch nicht glaube ich bist doch hier unser forschungs typ nur nebenbei der der wo viel forschung tut macht ich hab da sogar schon eine inspiration also ich vom ach ne das aber von den schiffswerfen ich bin vor allen Dingen der der viel lädt was auch schön ist Tomiris hat mir eine warnung geschickt die ist ein bisschen nervös wegen den ganzen truppen an ihrer grenze es liegt aber auch einfach daran dass sich die grenze ja laufend verschiebt währenddessen treten wir mal wieder erfolgreich mit unseren bogenschützen gegen die moderne infanterie an alles kein problem mir tritt nur meine geduld gegen den langsamen ladescreener was ja auch was schönes ist fünf gesandte hätte ich da bräuchte ich allerdings bedauerlicherweise einen mehr der gegnerische typ hier hat auch disputant ich glaube den muss ich verhauen das ist unangenehm verhauen oder disputant sie boten all ihr verfügbares geld nehme ich Söhne man mein freund du möchtest sein peta kaufen aber natürlich als deutscher kenne ich mich mit waffengeschäften aus ja auch das ist zweifels wundersinn deutlich in der lade solange dieser apostel stirbt ist mir das eigentlich gar nicht so wichtig ich habe genug kaplane die sich in den meat grinder hier werfen können komm schon du sagst doch gerade du kannst dahin laufen dann laufen doch ich habe okay fix your game das ist sehr buggy alles mist nichts geht auch das ist mal wieder warm dann können wir mit dem mit seinen vier ladungen gleich noch ein bisschen weiter ziehen irgendwie schön wenn man quasi beim beim gegenspieler irgendwie die links reduzieren könnte die die anzahl an glaubenspunkten die er bekommt die anzahl an gegenspielern können wir reduzieren ja ich meine also wenn du als städte militärisch einnimmst verlieren sie ihre ressourcen um militär einhalten zu bauen aber wenn du städte bekehrst verlieren sie halt nicht ihre ressourcen die sie für den für die cause ergeben können ähm da mehr mehr zeugs zu machen gibt es aber schon eine mod für die standard antwort die mod geschichte ähnlich wie bei skyrim da ist es auch zweifelsohne richtig skyrim gibt es ja jetzt auch schon 5000 fach für jede konsole so ähnlich wie wie doom das ist auch für alles wer warst du und warum auf dem schwangerschaftstest doom installiert okay äh 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 muss man doch wissen was einem wichtiger ist an der stelle ne richtig ja das ist eigentlich gar keine frage das ist halt auch witzig naja er hat hier seine stadt und äh da ist halt einfach direkt nebenan hier diese sandschlangen camp ne ne von bocklin halt auch nicht ne ne aber auf der anderen seite die machen ja auch nicht siebar waren so ist vielleicht in Frieden wenn das hier so bei uns wäre dann wäre aber ey warte mal können wir die nicht auf den hetzen äh 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 zu schnell äh ne das wollen wir nicht wir könnten ja doch hier osmanisches reich angreifen würde 760 mark 50 kosten na ich kann diese runde keinen apostel machen das ist traurig trotz 500 milliarden tausend glaubensbogen ja ja die werden halt 500 krass plus 5 religiöse stärke für alle religiösen einheiten im teleologischen kampfen teleologischen also die fernberatung quasi telelogisch apropos scheint auch als würde hier der osmane chinguetti eroberten da ist es mir so egal das ist ein religiöser stadtstaat ja das richtig sogar meiner das militär aushebeln ja das ist schon ein bisschen glauben von ja was soll ich dagegen machen ist die andere frage atombomben äh 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 ja tatsächlich bringt mir das ganz gut glauben das mit den handelswegen wegel in meine städte mhm mhm pech macht das genau deswegen aber wahrscheinlich nicht mhm ja stimmt da müssen wir ja auch nochmal drinnen denken ne ich muss ja hier international handeln wegen Tourismus dann mhm 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 das müssen wir mal bedenken mhm damit extra hier where you were than man metro umgehen d jetzt hat er wieder ein bisschen wir sind aber immerhin auf den ersten platz vorgerückt mit unserem kulturkram also sehr gut ich warte mal stimmt gar nicht was denn das hier für eine anzeige wir sind wenig wir sind auf platz zwei vorgerückt mit unserem kulturkram auch gut oder so wahrscheinlich hatten wir vorher auch schon einfach ich habe gehört militärpioniere sind gut kann man anbieten 51 touristen dann wird es auch so dass wir den handwerk kaufen und militärpioniere tatsächlich bauen weil die stadt hat bis sie wächst sowieso nichts besseres zu tun das ist ein moment du kannst du nicht da durchlaufen versteht er bleibt einfach stehen bleibt aber stehen stehen wo kann ich denn noch wunderschöne zeitalterpunkte her bekommen erster flug der welt ich weiß nicht ob das angesichts süleimann klappen wird könnte mir vorstellen dass nicht durchaus unwahrscheinlich aluminium eisenkohle salpeter uran müsste man natürlich haben flotte schiffchen habe ich denn so nicht so viel ich weiß es nicht ich weiß nur dass hier hohe theokali gebaut wurde in einem zweiersee und das zweite feld des sees gehört offensichtlich nicht mal der stadt die die das gebaut hat womit ist ich zumindest für diesen see relativ wenig bringt moment aber wird noch gebaut so nicht fertig ach so ja jetzt jetzt fertig da so aus als könnte es ja 50 ist gefallen ruhrgebiet wurde aufgebaut neue diskussionen können vorgeschlagen werden fernkampf gegen landeinheiten da ist uns einheit lustig dieser dieser apostel von etage steht immer noch da es gibt tatsächlich jetzt städte auf diesem kontinent die positiven druck für meine religion bekommen das wird mit istanbul wahrscheinlich dann in istanbul jetzt gleich fällt vermutlich da auch so sein dann genau er geht hier hin baut dann das freilicht museum und ich brauche wirklich mal in der auch auf die inseln da geht es so einen schönen handwerker das wäre schon gut ja das war ist dann wohl ist dass sie ist dann wohl ist tatsächlich nicht die heilige stadt gerade fragen ja islam halep ok da sind wir ja auch schon da dran dinge entwickeln sich so was geht denn mit dir hier unten schicke pizza oh stimmt da können wir dann den theaterplatz auch endlich mal bauen ja das hui hatte ich mir hier auch eingeplant aber naja gut das ist jetzt nicht der größte verlust sag ich mal hoffe ich hoffe ich erimitarisch könnten wir hier und dort und dort bauen und das kursium wurde so vielleicht muss man sonst nichts mehr zu tun haben dann kann man auch ein kursium bauen das haben sich auch immer damals aufgedacht kursium könnte man anbringen das ist alles so lange dauert hier diese das ganze micromanagement mit den aposteln ich schare wirklich das nervt tatsächlich ein bisschen kannst du doch vorbeilaufen kannst du nicht nein tex koko mittelalterliche mauern oder kunst basierungen hmmm oh naturschutz ist ja bald dran aber das war noch nicht das was einen daran hindert die zu bauen die mauer ne nee das ist stahl also das heißt glaube ich stahl das eiffelturm ding müsste das sein weil die städte dann halt ihre befestigung bekommen denke ich meine ich urbane verteidigung oder so okay können wir aber gleich nochmal erringieren vorher würde ich aber gerne hier das auf jeden fall die innere etage die können wir irgendwann mal da hinstellen so jetzt finden wir das nochmal raus die karte heißt liebes vielleicht steht da ja wann die obsolet wird nein vielleicht oder auch nicht wo ist denn dieser eiffelturm dann brauchst du einmal wasser schildkröten moment das kann ich dir auf absehbare zeit mitteilen schaltet urbane verteidigung frei alle bisherigen mauermodernisierungen werden veraltet also ab da kann man glaube ich ab stahl kann man keine stadtmauer mehr bauen okay ich bin mir nicht sicher ab wann die karte die die misskarte nicht mehr geht ähm so dann was meintest du wegen schildkröten ich hätte jetzt mal gesagt die habe ich ja habe ich ja ja aber dann dann verticke ich die an den höchst bietenden teddy irgendwer horsies braucht keiner eisen keiner kohle und alle ja hier nimm 10 nimm hin und schweig still wer will denn noch offene grenzen kaufen wir fangen wir nicht mal mit an große werke die bundeslade nehmen wir mit und ansonsten das bringt alles wenig ansonsten nähern wir uns dem zeitpunkt oder wir sind sogar schon drüber wenn wir die folge mal beenden müssen also denn tun wir das genau freuen uns nächste runde auf die nächsten zwei städte die wir hier einverleiben können so lange sollte das zeitalter auch noch dauern ausgezeichnet denke ich die dinge entwickeln sich ja es gibt hier schweren fortschritt im religiösen bereich ja jetzt die insel ist jetzt quasi die nachbarinsel drei geteilt was religion angeht und ja ich denke mal so kulturell kommen wir vorwärts er sagt mir jetzt auch noch 185 runden und das ding ist kulturell geworden ja in diesem sinne danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss tschau